Was hat es ausgemacht, die Kombination Baskets und er, warum hat es funktioniert? Emotion. Weil er einfach zu unserer Emotion passt. Matze ist einer, der das Publikum mitreißen kann, der die Spieler mitreißen kann. Weil ihm scheinbar das Spazier interessiert hat und weil er einfach der Typ ist, wo er einfach mitgeht. Der ist einfach derjenige, der richtig die Stimmung macht. Der weiß, von was er spricht, der hat auch das Know-how. Und alle mögen ihn. Die Halle liebt ihn. Das Zusammenspiel mit Matze und uns im F-Log hat auf jeden Fall immer gut funktioniert. Die Energie, die er da mitbringt, die Begeisterung, die er für diesen Sport hat. Sobald er da war, der hat die Hölle zu Beben gebracht. Der hat einfach zusammengebracht, so wie die Faust aufs Auge. Die zwei Bs, wenn man die addieren würde in Würzburg, was glaubst du, was hat die Mischung ausgemacht, warum hat das so gut funktioniert? 100 Prozent. Matze und Basketball konnten das zusammendringen. Also normalerweise bringst du Matze nicht mit Basketball zusammen. Ich verstehe es bis heute nicht, wie das so gut funktionieren konnte. Er war halt zur richtigen Zeit auf richtigen Ort, würde ich sagen. Und das hat wirklich eingeschlagen in der Popper. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.